Es sind wieder einige Wochen ins Land gezogen, aber wir haben euch ja versprochen, dass wir wieder ein Update raushauen. Diesmal sind es nur ein paar Kleinigkeiten, aber wir wollen jetzt quasi so eine Art Road to Black Friday starten und werden jetzt immer öfter etwas in die Research Base einbauen. Und in diesem Video gibt es nur ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel neue Plattformen. Also bleibt dran. Servus Tobi. Der Tobi war wieder fleißig in den letzten Tagen und Wochen und hat einige Sachen eingebaut, die wir euch aber jetzt noch nicht präsentieren, sondern jetzt werden wir quasi Stück für Stück immer wieder euch ein paar Sachen präsentieren, aber wo wir denken, dass das euer Arbeiten natürlich erleichtern wird und vor allem eigentlich unsere Arbeiten. Das ist das Wichtigste erstmal. So, soll ich dann gleich mal rüber gehen auf den anderen Bildschirm? Es sind nicht nur Kleinigkeiten, es sind recht sehr coole neue Funktionen dabei. Ja genau, also die allseits bekannte Research Base Oberfläche. Wir haben ein paar Größigkeiten, damit es nicht Kleinigkeiten sind, haben wir eingebaut. Und zwar als allererstes haben wir neue Plattformen eingebaut. Da haben wir natürlich auf euch gehört, was ihr so haben wolltet. Wir haben jetzt neu unter den Print-on-Demand-Plattformen Walmart. Walmart kennen die meisten von euch ja wahrscheinlich aus Filmen und Serien, die aus den USA kommen, aber Walmart ist halt sehr bekannt in den USA und auch, ja man findet dort einige Sachen. Also wir haben das jetzt schon eine Zeit lang probiert und da kann man sich auch gute Ideen eigentlich holen, die vielleicht nicht gerade auch auf Amazon oder so zu finden sind. Ja, was haben wir noch? Unter Graphic Resources haben wir jetzt endlich Creative Fabrica eingebaut. Das war ja ein ganz, ganz großer Wunsch von euch, den ihr uns mitgeteilt habt. Im Übrigen mit diesem Fragezeichen könnt ihr uns Plattformen schicken, die ihr gerne drinnen haben wollt und eben je mehr Zuspruch eine Plattform hat, desto eher werden wir sie dann auch einbauen. Bei Creative Fabrica hätten wir euch gerne etwas geschenkt, aber die haben nicht mitgespielt. Das muss man auch einmal offen kommunizieren. Wir hätten da gerne etwas verlost, aber leider haben wir von ihnen nichts bekommen. Trotzdem haben wir es eingebaut, weil ihr große Fans von Creative Fabrica seid. Und die letzte Plattform ist Twitter. Habe ich selbst eigentlich nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, aber weil ich Twitter eigentlich nicht nutze, sondern nur hin und wieder mal reinschaue. Der Tobi hat dann gemeint, dass das natürlich Sinn macht. Es kam von euch auch Instagram, aber Instagram hast du, glaube ich, aus einem Grund nicht eingebaut, weil das mit den Hashtags oder mit den Suchwörtern nicht so einfach gegangen ist. Ja, genau. Das ist hauptsächlich eine Usersuche oder eine Hashtagsuche und ich habe die noch nicht wirklich sinnvoll empfunden einzubauen. Aber natürlich, ja, ich meine, wir können sie vermutlich trotzdem einbauen. Wie gesagt, falls ihr noch Wünsche habt, andere Plattformen, schreibt es uns. Geht ihr auf das Fragezeichen? Deswegen, wir richten uns da natürlich nach euch. Ja, die Twitter-Sache verwende ich sehr gern, weil es einfach tagesaktuelle Themen und so, da kann man, Trends und so, kann man da sehr schnell dann recherchieren, weil sich da halt immer die aktuellen Nachrichten dann leicht finden lassen. Ja, da kann man dann auch schnell einmal nach Ideen suchen. Ja. Und zu Creative Fabrica wollte ich noch kurz sagen, ja, sie haben uns zwar kein tolles Abo oder so geschenkt, das wir dann weitergeben können in einem Gewinnspiel, aber sie haben zumindest uns ein vergünstigtes Abo über unseren Link zugesichert. Also, falls ihr das einmal testen wollt, über den Link unten in den Shownotes gibt es das Monats-Abo, ja genau, das All-Access-Abo im ersten Monat um einen Dollar. Da kann man das einmal testen und dann, wenn man es verlängert, also wenn es einem gefällt, kostet es 19,90 Dollar oder so im Monat, statt 29,90. Also, falls ihr mal ein Abo testen wollt, schaut euch das an. Aber vermutlich werden es am Black Friday auch irgendwas raus haben, schätze ich mal. Genau, vielleicht, ja, wie gesagt, wir haben es selber nicht verwendet, aber wir haben es jetzt eingebaut, weil wir es halt von euch immer wieder die Forderung bekommen haben und ja, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Wer es hat, kann das sehr schön im Multi-Search übrigens auch verwenden. Gerade dann macht das Ganze ja besonders Spaß. Genau, also das funktioniert alles wie gehabt. Ihr kennt es euch aus und das sind halt die neuen Plattformen. Also, da haben wir viel Spaß damit. Was ist als nächstes dazugekommen? Wir wechseln hier mal auf den DE-Marktplatz. Und zwar, wenn wir jetzt hier ein Keyword eingeben, werdet ihr sehen, dass wir unten jetzt hier Synonyme eingebaut haben. Derzeit nur für den deutschen Marktplatz, aber wir sind dabei, dass wir das für die anderen Sprachen auch noch irgendwie machbar machen, aber das ist gar nicht so einfach, ja. Aber wie man sieht, hat man hier jetzt quasi dann Synonyme für das Wort Katze in dem Fall und kann die genauso verwenden wie alle anderen Keywords, die hier oben sind. Man kann sie in die Keyword-Base geben, man kann sie ins Clipboard kopieren, man kann es gleich mal in die Search-Bar reingeben oder sofort die Suche starten. Also, genau dasselbe wie oben mit den Vorschlägen, finde ich sehr cool. Das wollte ich eben hervorheben besonders, weil ich das richtig ein cooles Feature finde, weil bisher diese Amazon-Suggestions sind auch sehr hilfreich, aber oft gehen sie immer nur in die eine Richtung, immer nur das Wort, das man schon eingegeben hat. Und jetzt mit diesen Synonymen kriegt man einfach neue Ideen sehr schnell, die man dann erstens einmal für sein Listing verwenden kann oder halt jetzt dann weitere Recherche betreiben kann. Also, diese Synonym-Funktion ist wirklich mächtig, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, wir kriegen das demnächst dann auch gut hin für die USA zumindest, beziehungsweise englische Keywords. Und ob wir dann die Sprachen, also Frittes und so, auch noch schaffen, das möchte ich noch nicht versprechen, aber Englisch sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Genau, irgendwas werden wir da auf Englisch schon schaffen und das zumindest gleichwertig ist zur deutschen Sprache. So, was dann noch gekommen ist, ist eine Kleinigkeit, die sich auch einige User gewünscht haben. Und zwar ist es ja so gewesen, wenn ihr etwas dazugefügt habt in die Keyword-Base, wusste man oft nicht, was man jetzt wirklich schon verwendet hat. Und jetzt ist es so, wenn ein Wort schon in der Keyword-Base drinnen ist, dann wird es ein bisschen anders dargestellt, also ein bisschen verdunkelter Hintergrund, dass es sofort auffällt, welche man schon in der Keyword-Base eingefügt hat. Und es ist dann auch neben dem Keyword-Base-Icon ist dann jetzt ein Haken. Normalerweise ist es ein Plus, damit man weiß, man kann es noch hinzutun. Und jetzt ist er halt auch ein Haken. Also, das finde ich sehr praktisch. Das ist halt einfach ein Wohlfühl-Feature, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, das erhöht die Usability hoffentlich. Genau, die Usability steht ja bei uns an oberster Stelle, wenn es machbar ist. Gut, aber was jetzt natürlich noch ganz toll ist, was wir auch noch eingebaut haben, ist, wenn ihr hier rechts oben schaut, ist da jetzt eine Bimmel oder eine Glocke, wie man das auch so schön sagt. Die Glocke könnt ihr vor allem auch für diesen Kanal aktivieren auf YouTube. Das wäre natürlich ganz toll. Aber hier bewirkt die Glocke etwas ganz anderes. Und zwar, wir haben jetzt einen Change-Log oder wie nennt man das noch, eine Feature-Liste, Update-Liste eingebaut. Jetzt könnt ihr immer wieder nachschauen, was jetzt Neues dazugekommen ist. Wenn etwas Neues dazukommt, wird hier ein roter Punkt angezeigt. Dann könnt ihr schauen, ah, okay, jetzt haben sie etwas hinzugefügt, weil wir uns einfach gedacht haben, wenn wir jetzt 10 neue Events hinzugefügt haben, dann braucht es nicht extra ein Video. Aber wir wollen trotzdem, dass ihr wisst, dass sich da wieder etwas getan hat. Und das sind jetzt Sachen, die dann der Tobi hier reinschreiben kann. Und ihr könnt es dann auch nachschauen, was sich in letzter Zeit alles so getan hat. Und wie ihr seht, da hat es mit den Synonymen, mit den neuen Plattformen, dass eben eine Notification-Glocke dazugekommen ist und halt jetzt ein Change-Log auch dabei ist. Und wenn dann eben neue Events dabei sind, steht das auch hier drinnen. Die Events alle natürlich nicht, aber zumindest, dass da etwas dazugekommen ist. Ich denke mir, das ist ganz interessant für euch, weil ihr dann einfach auch seht, ah, okay, da tut sich was. und die, ja, arbeiten an der Research-Base. Genau. Kann man gleich dazu sagen, eben Events hat der Siegfried sehr schön gesammelt, neue und neue hinzugefügt in den Kalender. Also schaut es auch mal wieder in den Kalender rein, falls ihr das schon länger nicht habt. Da hat sich auch einiges getan. Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir, Moment einmal, haben wir eigentlich fertig. Das war jetzt mal alles. Das war wieder mal so, hallo, Leute, wir arbeiten noch dran, keine Sorge. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit doch noch das eine oder andere Update raushauen, damit ihr seht, oh, die Research-Base wird immer besser. Das war ja auch unser Versprechen. Aber natürlich einige Sachen dauern etwas länger oder benötigen mehr Arbeit. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, vielleicht noch der Hinweis, die meisten Features, die wir jetzt gerade angekündigt haben, sind in der Pro-Version natürlich nur sinnvoll. Zum Beispiel diese Multi-Search Creative Fabrica. Also wenn ihr die Pro-Version einmal haben wollt, dann gönnt sie euch. Und da gibt es auch einen Link in den Shownotes. Und sonst möchte ich gar nicht mehr viel reden. Schaut es euch an. Wir hoffen, es gefällt euch. Schickt uns noch Ideen, was ihr noch gerne hättet. Und wir machen mal Feierabend. Genau. Also, schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020